Herzlich Willkommen in Stuttgart-Stammheim zu den diesjährigen Stuttgart-Pro. Die Gäste, angereist aus Österreich, spielen mit der Nummer 6 Marlene Hieslmeier. Die Nummer 1 Käpt'n-Spielführerin Karin Kempinger-Kreiler. Die Nummer 2 trägt Henrike Seitz. Die Nummer 1 Käpt'n-Spielführerin aus der Nacht Sonja Brommerk. So, also wir wollen heute diesen wunderbaren Rahmen nutzen, damit Karin und Steffi heute verabschieden. Eine ansteckende Power und unermüdliche Unterstützung. Dein vergleichbarer Teamgeist hat die Mädels viele Male wieder auf die Spur des Erfolgs. Erste! 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 Halt! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.